Moin Seekräuter und liebe Kanalmitglieder! Schön, dass ihr dieses Video angeklickt habt und darüber nachdenkt, diesen Kanal hier zu supporten. Über den Button Mitglied werden ist das nämlich möglich und ihr habt die Möglichkeit in Zukunft zwischen vier Kanalmitgliedschaftsrollen zu wählen. Und das Motto lautet Supercontainer für alle, denn Wargaming unterstützt diesen YouTube-Kanal und das bedeutet, dass ihr da draußen die Möglichkeit habt, jeden Monat einen Supercontainer in euren Hafen zu bekommen. Einfach nur Kanalmitglied bei Seekrout sein zum Beispiel. 99 Cent im Monat, das ist das Motto, quasi ganz günstig unter einem Euro. Wir bieten euch Emotes, ein Logo für die Kanalmitglieder und eben die Möglichkeit, einen Kampfauftrag zu erhalten. Dazu verbindet ihr einfach euren World of Warships Account in der World of Warships Benutzerkontosteuerung mit eurem YouTube-Account. Und sobald das passiert ist, passiert alles andere automatisch im Hintergrund und ihr seid dann da dabei. Zusätzlich gibt es natürlich auch auf der YouTube-Startseite bei unserem Seekrout-Kanal ab und zu euer Counter-Fi von eurem YouTube-Account zu sehen. Sozusagen als zusätzliches Dankeschön. Wenn ihr dann sogar noch ein bisschen mehr machen wollt hier für uns, dann könnt ihr für 3,99 Euro Supporter werden. Da bekommt ihr zusätzlich zu den ganzen vorgenannten Vorteilen dann noch die Möglichkeit, werbefrei Vorabzugang zu unseren YouTube-Videos zu erlangen und dementsprechend diese schon vorab zu genießen. Das sind teilweise Vorabzugänge von mehreren Tagen und teilweise sind es nur ein paar Stunden. Das kommt immer ein bisschen auf das Thema drauf an. Ausgeschlossen sind natürlich NDA-Videos. Da müssen wir uns an die Regelung entsprechend halten. Denn Extra-Supporter ist die nächste Möglichkeit. Ihr zahlt 4,99 Euro im Monat und bekommt sogar noch eine Extra-Supporter-Rolle bei uns auf dem Discord. Exklusiv für Extra-Supporter, Super-Supporter, Twitch-Subscriber auf der Stufe 2 und 3 und auch unsere Discord-Nitro-Booster, die da Zugriff entsprechend erhalten. Mit denen könnt ihr euch dann im exklusiven Bereich unterhalten und kurzschließen, wenn ihr möchtet. Und dann gibt es eine vierte Rolle und zwar der sogenannte Super-Supporter. Der bietet uns nochmal einen zusätzlichen Support für diesen Kanal. Könnt ihr darüber nachdenken, ob ihr das machen möchtet. So, dann gibt es aber noch einen ganz großen, besonderen Vorteil. Denn alle Supporter, also Supporter, Extra-Supporter und Super-Supporter, die werden angezeigt in unseren YouTube-Videos, meistens am Ende des Videos, als kleine Dankeschön-Tafel für unsere Kanalmitglieder. Also auch das ist nochmal ein spezieller Dank, den wir euch da eingerichtet haben. Wichtig zu erwähnen ist natürlich, die Kanalmitgliedschaft, die ist monatlich kündbar. Das heißt, ihr könnt zwischen den Kanalmitgliedschaften, die wir euch anbieten, einfach hin und her wechseln, das einfach mal ausprobieren. Ihr verpflichtet euch da nicht für lange und ihr leistet einen wichtigen Community-Support für uns und für alle Nutzer, die unseren YouTube-Kanal hier eben nutzen. Weil es uns einfach eine gewisse Zuverlässigkeit bei den Einnahmen am Ende auch bietet. Und wir darüber zum Beispiel unser Adobe-Abo oder ähnliche Sachen finanzieren können, die uns im Hintergrund helfen, diese Videos, die ihr so schätzt, hier eben zu erstellen. Ich würde mich freuen, euch bald als Kanalmitglied hier bei uns auf dem Seacrots-Kanal begrüßen zu dürfen. Und ich sage einfach mal, vielen, vielen Dank für eure Liebe, für euren Support. Bis zum nächsten Mal, euer Seacrots-Team, euer Andi. Ciao, ciao.